Geschichte ist eine Philosophie, die uns durch Beispiele lehrt. Vergangenheit ist Geschichte, Zukunft ist Geheimnis und jeder Augenblick ein Geschenk. Kulturen sind Organismen, Weltgeschichte ist ihre Gesamtbiografie. In jedes Menschengesichte steht seine Geschichte, seine Hassen und Lieben deutlich geschrieben. Die Historiker sind so etwas wie die Schminkmeister des großen Welttheaters. Die Liebe ist der Endzweck der Weltgeschichte, das Amen des Universums. Glücklich ist das Volk, dessen Geschichte sich langweilig liest. Die Weltgeschichte ist der Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit.